Es ist so geil, dass wir einen Wind geholt waren. Du bist einfach frei jetzt. Du bist jetzt einfach frei. Endlich. Ich kann jetzt freikommen. Ich komme jetzt frei. Einfach frei, Mann. Was mit dir? Wie können wir dich freiholen? Irgendwas müssen wir tun. Ich werde wahrscheinlich hier drin bleiben. Wenn ich jetzt schon bei dir mal reingekommen bin, dann muss ich auch irgendwas dagegen tun können. Sobald du irgendwas versuchst, mich hier rauszuholen, landest du entweder selber nochmal hier drin? Oder dir wird es noch schlimmer gehen. Du bist dich wahrscheinlich am Leben lassen. Du wirst wahrscheinlich also nicht sterben. Ja, er möchte ein Spielchen wie mir. Aber er hat hier so viele Wachen. Du wirst es nicht schaffen, mich lebendig hier rauszuholen. Selbst wenn du hier reinkommst und wir zusammen rausrennen, die schießen vielleicht nicht ab, aber mich. Ich habe keinen besonderen Wert für ihn oder gar nichts. Er muss mir irgendwas tun, dass du einen Wert bekommst. Ich bin einfach nur ein Typ, der bei ihm eingekommen wird. Er hat versucht, alles zu klauen. Sein ganzes Geld. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht versucht, so. Ich weiß nicht, wie du dem noch einen Wert geben willst. Also ich glaube, ich muss mich hier mit meiner Zelle zufrieden wählen. Und du hast eine Playstation und so? Ey, die Zelle ist gut, ja. Das läuft so. Ich war seit sieben Jahren nicht mehr draußen, aber... Sieben Jahre Playstation spielen. Das hat schon was. Aber gut, gleich müssten die Wochen kommen. Im Moment, du darfst wieder rausgehen jetzt. Wieso? Meine Nummer ist übrigens... Okay, damit du Bescheid weißt. Ja. Gut. Wir können ja nochmal was machen oder so. Ja, genau. Was ist denn der Freiheit? Ja, das hätte ich haben. Bis dann... Ich will jetzt rein davon, dass die Träner auf die Tränen wollen. Okay. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.